Moin, willkommen zu CT Uplink. Heute haben wir wieder interessante Themen aus der wunderbaren Welt der Technik. Wir haben Steckdosen, wir reden über Nassfestplatten und über sehr, sehr, sehr realistisch gerenderte Fotos. Bis gleich. Jo, hi. Wie gesagt, wir haben sehr interessante Themen heute. Ich glaube, wir fangen an mit den WLAN-Steckdosen. Wir reden nachher noch über gerenderte Fotos. Da hat sich André mit beschäftigt. Sehr, sehr realistisch gerenderte Fotos. Ich habe das extra betont. Und nachher reden wir noch über Festplatten, also welche Festplatten ich in mein Nass einbauen will mit Lutz. Ich bin Fabian Tscherschel. Stellt euch alle nochmal vor. Ja, ich bin André Kramer aus dem Software-Ressort. Sven Hansen, Ress Mega. Lutz Laps ist einfach Hardware-Ressort. Oh ja, Ressort ist immer so mega. Mega. Ich glaube, die anderen sagen auch immer was anderes. Das heißt halt so. Mobiles, Gadgets. Ja, da war ich nicht dabei. Das ist quasi natürlich. Was heißt eigentlich CT? Computing Today. Ja, dein Thema ist das Titel-Thema. Deswegen habe ich das ganz nach hinten gemacht. Das steht drauf. Ich möchte es nochmal betonen. Hinten drauf ist so eine Werbung. Das bin nicht ich. Ich bin jetzt schon ganz oft im Internet gefragt worden. So alt sehe ich nicht aus. Ja, ein bisschen. Ich habe auch so eine Mütze. Genau. Aber ich wollte anfangen mit den Steckdosen. Sven, du hast dich mit, das sind nicht alles WLAN-Steckdosen, oder? Nee, genau. Wir haben dann irgendwie ganz kryptisch geschrieben Funk-Gesteuerte. Nee, zwei sind dabei, die nicht dazugehören. Stimmt, das ist irgendwie so ein Spielchen. Wer gehört nicht dazu? Also das sind Steckdosen, die installierst du dir. Genau. Und dann kannst du denen sagen, mach an, mach aus. Und dieses Mach an, mach aus, das funktioniert über Funk. In sieben von neun Fällen tatsächlich über WLAN. Also deshalb, das stimmt schon, das Gros der Sachen funktioniert über WLAN. Eine ist dabei, die macht das über Deckt. Die habe ich ja auch, dieses AVM-Ding, was zu den Fritzboxen im Prinzip kompatibel ist. Deckt ist dieses Telefon. Deckt ist genau. Digital Enhanced Cordless Telefon. Wow, ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht. Eigentlich nur aus dem Telefonie-Bereich. Hat ein paar Nachteile, hat ein paar Vorteile. Ein Vorteil ist natürlich, dass viele Leute so ein Ding sowieso schon zu Hause stehen haben. Das heißt, und somit halt auch so ein Hub im Prinzip, ein Fritzbox-Hub zu Hause stehen haben und das nutzen können. Und das andere, was noch dabei war, das ist ein Zigbee-Device von Osram. Das wird den meisten Leuten nicht so viel sagen. Was die meisten aber kennen, das ist eben Philips oder das U-System und das benutzt halt den selben Funkstandard. Und deshalb sind da ziemlich viele Leute auch daran interessiert, was geht denn mit diesen Philips-Sachen? Kann ich dann außer diesen Böhnen noch andere Sachen machen? Und normalerweise würde man da wahrscheinlich auch keine Düben dranhängen, so wie wir jetzt, ne? Ne, das war so ein Teil von dem Testaufbau. Wir haben ein bisschen damit herumgespielt halt auch, wie gut die sich halt schalten lassen. Ein großer Teil davon ist heutzutage eben natürlich Sprachsteuerung. Also das heißt, wie geht das über Alexa oder wie funktioniert das mit Google Home? Und das ist tatsächlich auch für viele Leute der Einstiegspunkt, muss man sagen, in dieses Produkt überhaupt. Weil so funkgesteuerte Steckdosen, die gibt es schon ein bisschen länger und die dümpelten, glaube ich, auch so ein bisschen vor sich hin. Da konnte man halt mit der App immer alles schalten oder halt auch von unterwegs mit der App dann halt drauf zugreifen, wenn man zu Hause irgendwas an- oder ausmachen wollte. Und so richtig Schwung in die Sache ist aber tatsächlich eben durch Alexa vor allen Dingen gekommen, weil die Leute sich dann so einen Sprachassistenten halt hinstellen. Und früher oder später kommt man dann auf den Gedanken, ja, was kann man denn damit wirklich bewegen? Und da sind natürlich solche Zwischenstecker ideal für, weil ich die halt vor irgendwelche Geräte davor stecken kann. Die noch dumm sind. Die vollkommen dumm sind und die ich dann zumindest irgendwie an- und ausmachen kann. Kommen da mit allen Geräten so einfach klar? Also dass du denen einfach den Strom killst? Also ich meine, zum Beispiel hast du, im Artikel steht auch irgendwie, dass ihr das zum Beispiel gemacht habt. Also eine Idee ist, dass du Geräte, die im Standby sehr viel Strom fressen, das zu machen. Genau, das ist ein sehr, sehr gängiger Einsatzzweck. Das haben viele ja schon lange im Einsatz in Form von einer Steckdosenleiste oder halt auch von so einem Baumarkt-Fundstecker, wo ich dann eine kleine Fernbedienung habe. Dann habe ich meinetwegen meine Fernseher, Stereoanlage drunter und noch ein paar andere nette Sachen. Heutzutage sind die Geräte oftmals schon auf niedrigem Standby optimiert. Aber nichtsdestotrotz können dann da immer noch 10 oder 15 Watt zusammenkommen. Und das ist manchen halt auch zu viel. Dann sind sie aber schon ein bisschen älter, ne? Naja, du, es sind ja so ein paar EU-Richtlinien, wenn ich nicht recht entsinne. Ja, das Problem ist halt nur, dass die Masse an Geräten zunimmt. Also wenn ich so ein U-System habe und meine Leuchtmittel wirklich da ersetze, dann nimmt zwar jeder nur ein Watt. Aber von solchen Leuchtmitteln habe ich dann auch mal 15, 20 da im Haus. Und dann sind es dann halt doch wieder 20, ne? Also ich glaube, das ist richtig. Es wird auf regulatorischer Seite natürlich darauf hingewirkt, dass der Standby möglichst niedrig ist. Aber am Ende summiert sich das halt dann doch oftmals auf. Es gibt ja auch EU-Richtlinien gegen die Glühbirnen, die du da dran gehängt hast. Also ich glaube, die... Nein, das betrifft ja auch nur Neugeräte. Also mein Verstärker ist von 79. Der war ja auch Heizung. So, ne? Entweder hat man halt irgendwie auch schon ältere, aber selbst auch die neuen, ne? Das kann sich aufsummieren. Und es gibt auch immer eine Klientel, die eigentlich Null haben würde am liebsten. Also dass die Sachen halt einfach aus sind und vom Netz sind. Und sowas kann man damit natürlich machen. Ja, ein anderer Anwendungsfall ist tatsächlich auch Sachen temporär einfach mal auszuschalten. Das ist mir aber auch eher so im Testen dann irgendwie aufgefallen, wenn ich zu Hause mal bin und meine Ruhe haben möchte. Ich habe so ein Aquarium da irgendwie neben mir stehen, was sehr dekorativ ist. Aber manchmal geht es mir irgendwie auch auf den Zwirn einfach oder das der Kühlschrank angeht. Und auch solche Sachen kann man einfach mal sagen, hier für eine Stunde, ne? Alexa, mach mal aus das Ding und dann ist einfach mal Ruhe im Karton. Und die Fische haben nichts mehr zu atmen. Ja, die können auch so atmen, wenn das Wasser sich nicht immer im Kreis dreht. Das muss ja dann auch funktionieren, ne? Also wenn der Kühlschrank nicht wieder angeht, ist es halt ein bisschen schlecht. Hast du da irgendwie Erfahrungen gemacht? Genau, das sind halt so, was die Zuverlässigkeit angeht, habe ich eigentlich keine negativen Erfahrungen gemacht. Was tatsächlich recht unterschiedlich immer mal sein kann, ist die Latenz. Also wie lange dauert es gerade von den Sprachbefehlen bis zu dem Punkt, wo dann halt irgendwie tatsächlich sich was bewegt. Also Zuverlässigkeit schon, dadurch, dass halt auch aber Cloud-Dienste im Hintergrund eine Rolle spielen. Also erstmal die Sprachdekordierung auf der Alexa-Seite, dann halt die Befehle, die über Cloud noch gesendet werden. Da sind natürlich viele Verbindungen im Spiel, die das Ganze verzögern können. Das heißt, es kann durchaus mal passieren, dass da ein oder zwei Sekunden ins Land gehen. Ach so, ich habe jetzt gedacht, 20 Sekunden oder so. Ja, es ist jetzt nicht irgendwie, dass am nächsten Tag erst dann irgendwie das Licht angeht oder so. Aber für Lichtsteuerung in dem Sinne, wie ein Schalter oder so, würde man es wahrscheinlich nicht nehmen, weil da doch die Toleranzschwelle dann ziemlich niedrig ist, wenn man da irgendwo drauf drückt. Dann will man halt, dass das Licht angeht. Klar, wenn du in den Raum reinkommst und den Lichtschalter drückst, dann bist du hell. Bei anderen Geräten ist das ja heutzutage, ich meine, man ist ja leidgewöhnt, so ein moderner Fernseher, wenn man den anmacht, das dauert ja Ewigkeiten, bis das Linux gebootet ist und so. Ja, aber bei einer Lampe hast du schon recht. Das ist doch doof, wenn ich Stehlampe sieben Sekunden booten muss. Ach so, die Frage habe ich natürlich nicht beantwortet. Irgendwie viel geredet, aber die Frage nicht beantwortet. Kann man alles dranhängen? Alles irgendwie natürlich nicht, weil es halt eben Sachen gibt, die halt runtergefahren werden sollten. Natürlich, also alles, wo spätestens, wenn ein bewegter Datenträger drin ist, dann wird es wohl ganz heikel. Sollte man nicht tun. Sollte man halt nicht machen. Also solche Sachen sollte man runterfahren. Und wahrscheinlich ist auch die Last begrenzt. Genau, mit dem Thema Last haben wir uns auch beschäftigt. Wobei viele gehen da ans Limit bis 16 Ampere. Das ist dann auch das, was man im Sicherungskasten halt in der Verteilung halt irgendwie drin hat. Ein paar waren niedriger. Einen hatten wir dabei, lustigerweise, aus so einem recht günstigen China-Adapter, wo man das sogar flexibel einstellen konnte. Also da konntest du in der App sagen, ab so und so viel Watt gehst du einfach aus. Und auch sowas kann für den einen oder anderen mal spannend sein halt. Was betrifft das dann? Staubsauger? Wer da ans Limit geht? Na, richtig ans Limit gehen da tatsächlich nur Heizgeräte klassischerweise. Also wenn du eine Elektroheizung dranhängst, also richtig Großverbraucher. Aber auch die, also wir haben die ordentlich gestresst und von den Neuen ist nur einer zusammengeschmolzen. Das war schon eine ganz gute Quote. Hat aber ein CE-Zeichen natürlich. Nee, der hatte, ach das war sowieso, also viele, das ist ja auch ein großes Thema, wenn man so bei Amazon guckt, viele kommen halt direkt aus China und sind dann auch durchaus günstiger. Manche gar nicht so schlecht, weil viele, also ich meine, die meisten kommen sowieso aus China, wissen wir ja alle. Und oftmals sind die doch schon auch sehr dicht dran an den Markenprodukten, aber manchmal halt auch nicht. Und in dem Fall von dem zusammengeschmolzenen Ding war es auch besonders heikel, weil das noch eine Außensteckdose war, also die im Prinzip auch für den Garten halt auch geeignet war und angeblich auch noch so IP-Schutzklassen hatte. Und das war dann schon alles so ein bisschen heil. Wie zusammengeschmolzen ist das Teil? Achso, nein, 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 das funktionierte nicht mehr. Also man hat es gerochen, aber es ist nicht abgefackelt oder so. Naja, das muss man ja immer fragen. Also ich finde ja, die sind alle relativ hässlich. Bis auf, ich glaube, der geht von Osram, der ist ganz, ganz okay. Aber die anderen sind echt... Ja, da ich den Test ja gemacht habe, muss ich da ja unglaublich neutral sein. Aber ja, doch. Gut, also meine Mehrfachstecker zu Hause gewinnen, auch keinen Schönheitspreis. Ja, das ist natürlich eben auch ein Problem. Es wird damit alles immer ein bisschen größer, was aus der Steckdose halt dann rauskommt oder was da halt dran rumhängt. Auf der anderen Seite sind die Steckdosen ja oftmals halt auch irgendwo verdeckt, irgendwo im verdeckten Bereich. Und man kann die halt überall auch hinterhängen. Und dadurch, dass das eben alles funkgesteuert ist, musst du dich damit auch nicht mehr weiter auseinandersetzen. Das AVM-Ding ist echt auch schon ziemlich groß. Ja, das ist tatsächlich auch ein Außenadapter. Den gibt es halt auch für den Innenbereich. Echter Hingucker mit der roten Klappe. Ja, okay. Es ist eine Fritzbox. Die hat tatsächlich so ein bisschen eine Sonderrolle eingenommen, weil AVM selber sich gerade um dieses Thema Sprachintegration nicht so richtig selber kümmern will. Das heißt, die überlassen das dann einfach so einem Drittanbietermarkt dann dafür, die passenden Skills zu schreiben. Wir nehmen an, ein Grund dafür ist tatsächlich, dass sie ein bisschen Schiss haben, sich dadurch eben Sicherheitsproblematiken einzufangen. Weil dieses Schalten von außen ist natürlich dadurch nur möglich, dass irgendwelche Befehle durch die Firewall des Routers reinkommen ins System. Sonst könnte man halt von draußen nicht das Licht an und aus machen. Und sowas kann man bei den Fritzboxen dann auch, wird einem das besonders deutlich, weil man da als User dann auch tatsächlich in die Box reingehen muss. Man muss erst mal einen Account für den Adapter sozusagen schaffen, der dann berechtigt ist, halt überhaupt Schaltbefehle von außen an die Fritzbox zu senden. Ja, das könnte gefährlich werden unter Umständen, ja. Ja, das ist eben eine potenzielle Sicherheitslücke. Natürlich bemühen sich die Hersteller halt, das so dicht wie möglich zu machen. Wir haben halt auch so ein bisschen reingeschaut in den Datenverkehr, der da passiert. Aber das steht dann halt so weit auch alles im Artikel. Wenn Alexa das schaltet, dann, Alexa schaltet ja die Steckdose an sich im Internetz, oder? Nein, das ist tatsächlich so, dass die Schaltbefehle dann von außen kommen. Also viele von den Anbietern haben halt einen eigenen Cloud-Dienst dahinter. Die sitzen teilweise in Europa, teilweise in Asien. Da legt man halt einen Account an. Und im Prinzip, wenn du halt unterwegs bist mit deinem Handy, dann schaltest du halt oder schaltest du das über die Cloud und die Befehle kommen dann halt von dir an ihrem Server. Okay, ich hätte mich jetzt, also ich hätte jetzt irgendwie erwartet, als jemand, der sich damit nicht so viel beschäftigt, dass die halt im Internetz mit den Dingern reden können. Das wird mir auch reichen. Ich muss nicht von zu Hause das Licht von außerhalb. Also da gibt es tatsächlich ein Fallback. Also wenn du in deinem WLAN dich befindest natürlich, dann können sie halt auch von internen Schaltbefehle absenden. Also du musst nicht immer eine Internetverbindung unbedingt laufen haben, um dann halt irgendwie schalten zu können. Aber die Erkennung findet extern statt immer noch, ne? Genau, also um die Sprachsteuerung zu machen, weil die Sprachsteuerung halt nicht intern funktioniert, müssen sie halt von außen aus halt auch schalten. Aber das kann man schon komplett auch unterbinden, oder? Dann hast du keine Sprachsteuerung nicht mehr. Ja, okay, aber wenn ich nicht will, dass jemand von außerhalb mein Licht an und aus machen kann. Ja, das ist momentan halt die Kröte, die du da schlücken musst. In dem Moment, wo du diese Sprachsteuerungsgeschichte haben möchtest, dann musst du halt die Sachen auch von außen zugänglich machen. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass jeder drauf gucken kann oder alles schalten kann. Das sollte natürlich nicht sein. Aber natürlich, wie wir halt auch aus leidvoller Erfahrung wissen, sind eben solche Geschichten schon immer potenzielle Einfalltore. Und für viele Leute auch deshalb schon der Grund, so ein Ding einfach komplett nicht zu nehmen. Und natürlich auch Privatsphäre, Amazon, Google und so, die wissen natürlich dann, wann du deine Kaffeemaschine anmachst. Das kommt natürlich irgendwie auch noch dazu. Das ist halt wieder diese Big-Data-Problematik. Je mehr Cloud-Anbieter da zusammen oder mit involviert sind in so einer Kette, desto mehr Informationen gehen natürlich auch noch draus. Und die sind natürlich oftmals, also die Unternehmen sind ja mehr an den anonymisierten Masseninformationen halt interessiert. Also wahrscheinlich weniger, ob du halt irgendwie dein Licht. Aber natürlich kann es schon spannend sein. Ich stelle dir mal ein Aquarium aus. Möchten die Fische kaufen? Wenn sie wissen, dass das das Aquarium ist. Ja, ja, klar. Also wie gesagt, deshalb für gewisse Menschen, die würden sich das auch einfach nicht ins Haus holen. Muss man ganz klar sagen. Wir hatten vor zwei, drei Heften auch einen sehr spannenden Schwerpunkt mit diesen ganzen selbstgebauten Smart-Home-Geschichten, wo auch eine von diesen Dosen eine Rolle gespielt hat. Und da ist aber auch sehr schön beschrieben, wie man das Ding komplett platt machen kann. Andere Firmware drauf spielt. Und dann läuft es halt wirklich nur noch lokal. Und dann hast du es natürlich komplett unter Kontrolle auch. Ja, es gibt nicht so viele Angebote da. Also das ist ja beim Smart-Home-Markt generell so, dass der viel über die Cloud läuft, oder? Ja, das ist auf jeden Fall eine Tendenz. Das kann man sagen. Einfach, weil der Komfortgewinn halt da ist. Wie in vielen Feldern ist es immer eine Frage irgendwie von Datensicherheit und Komfort. Und viele Leute sind da dann erst mal mehr auf der Komfortseite unterwegs. Ja, das ist ja mein Job. Ich habe noch eine Frage, bevor wir das Thema wechseln. Warum haben die USB-Stecker? Ach, stimmt, da sind zwei, drei sind dabei. Das ist einfach nur so ein zusätzliches Goodie. Falls man Dinge über USB laden will. Achso, das ist für Strom. Genau, das ist tatsächlich nur Strom. Einfach nur, wenn du ein Handy anschließen willst. Die werden auch nicht geschaltet sozusagen. Die stehen halt dauernd unter Strom. Das ist einfach nur, dass du an deiner Steckdose dann noch... Einfach überall USB-Stecker dran machst. Sonst könnte ja jemand sein Handy laden wollen. Passiert ja auch häufiger mal. Cool. Ja. Ist jetzt nichts für mich. Aber ich denke, wir haben Zuschauer, die das interessant finden. Ich mache meine Kaffeemaschine einfach auch selber an. Oder mein Aquarium aus. Das kannst du. Ja, es ist irgendwie so dieser... Ich habe Hauselfen dafür. Wofür gewinnen, den ich da habe, der ist mir nicht hoch genug, um mir so Dinger in die Wohnung zu stellen. Ich brühe immer noch mit der Hand und da hilft die Steckdose nicht. Ich male sogar vorher mit der Hand. Das nützt mir gar nichts. Nee, da habe ich eine elektrische Kaffeemühle. Die waren mir immer zu laut. Naja, bevor wir jetzt immer zu viel über Kaffee abgeriffen. André, du hast einen sehr, sehr interessanten Artikel in dem Heft gemacht. Den fand ich sehr, sehr cool. Dankeschön. Da geht es um Bilder, die aussehen wie Fotos. Ja. Wo viele Leute auch denken würden, das sind Fotos, die man auch mal in der Werbung oder so sieht. Also ein Auto oder irgendwie ein Einrichtungshaus. Das ist so ein Katalog mit Sachen drin. Die sind aber in Wirklichkeit gerendert. Ja, also ich habe mir einfach mal das Thema CGI so im Ganzen angeguckt. Also das heißt Computer Generated Image, falls das jemand nicht weiß. Also ich dachte mir, ich gucke mir einfach mal an, wo gibt es überall Bilder, die aussehen wie Fotos, aber keine Fotos sind. Also angefangen beim Fotorealismus in der Kunst, diese amerikanische Stilrichtung und jetzt macht man es halt im Computer und ich habe mich gefragt, warum macht man das, wo macht man das überall und da fällt einem natürlich der Film ein. Und aber es wird auch viel in der Werbung, im Marketing für Produktkataloge eingesetzt und ja, man kann es wirklich nicht unterscheiden. Also man denkt immer so, ja, ich erkenne ja einen computergenerierten Effekt, wenn ich ihn sehe, aber man erkennt eben auch nur die, die man erkennt. Und beispielsweise gibt es Produktkataloge wie Ikea zum Beispiel, da ist das wenigste fotografiert. Und das liegt eben daran, die haben Produktlinien wie Pax, Besta und so weiter und diese Regale, die gibt es von der TV-Bank, die tief und schmal und breit ist bis zum Regal, das ganz hoch und schmal und flach ist. Dann gibt es irgendwie verschiedene Zwischenformen, die kommen auf zehn verschiedene Modelle, die gibt es in fünf verschiedenen Farben, jeweils matt und glänzend. Also Faktor zehn, dann hat man schon hundert. Das wird nicht alles fotografiert, das wird einfach durch, ja, einfach mal durch so einen Renderer gejagt und dann hat man eben unheimlich viele Bilder für den Katalog, die man halt so braucht. Und die haben ja wahrscheinlich eh schon vom Design am Anfang, nehme ich mal an, Modelle von denen. Genau, die haben eh die Katmodelle und die werden dann zur Visualisierung eben auch benutzt. Und das ist eben wichtig bei beispielsweise Ikea, breite Produktpalette, aber auch zum Beispiel in der Automobilindustrie, die eben dann Vorserienfahrzeuge früher per Hand produziert haben, die nach New York verschifft, da auf einer schönen Straße fotografiert. Also es geht dann in die Millionen, was sowas kostet und da gibt es eben auch Sicherheitsbedenken. Also die haben eben unheimlich strenge Sicherheitsbedenken, damit das nicht geleakt wird. Mittlerweile geben die das Katmodell an eine Designagentur und die rendern das hübsch und das kostet nur einen Bruchteil. Und die haben halt auch viel mehr kreative Kontrolle. Also wir haben da auch ein paar Beispielbilder zur Verfügung gestellt bekommen, wo man dann eben sieht, was sie damit machen. Also die Formen dann, bauen dann auch so ganz, ganz kleine Dellen und Nasen ein, so im Leder Unregelmäßigkeiten, im Lack gewisse Unregelmäßigkeiten. Das sieht dann immer noch perfekter aus, als eben ein Serienmodell jemals sein könnte. Aber das ist eben wichtig, dass es ein bisschen authentischer wirkt. Dass dieses Uncanny Valley nicht... Ja genau, da hat Ikea auch Wahnsinn, also die haben da so Tools wie einen Erdbebeneffekt. Die bauen dann halt einen Tellerstafel und rütteln den einmal durch. Und dann drücken die so lange auf diesen Erdbebenknopf, bis es halt immer noch ordentlich aussieht, aber eben nicht mehr zu ordentlich. Und das machen die halt mit Bechern voller Bleistifte, mit Gläsern voller Spaghetti und ja, mit allem, was irgendwie so ein bisschen... Also ich fand es sehr krass bei den Bildern, wir können ja gleich mal auch Beispiele zeigen. Ich habe früher auch immer gedacht, ich kann das erkennen. Also in Autowerbung, es gab mal eine Zeit, da haben Autohersteller damit angefangen, da konnte man es noch erkennen. Ich weiß nicht, ob ja da die Scheinwerfer waren immer so ein Ding. Die sahen immer so ein bisschen, also es war so ein Uncanny Valley, sahen so ein bisschen komisch aus. Und ich fand das eigentlich immer doof, weil ich mir denke, wenn die mir ein Auto verkaufen wollen, dann zeige ich mir doch wenigstens ein richtiges Bild. Aber ich meine, mittlerweile kannst du es ja echt gut machen. Gut, es gibt auch diese Online-Car-Konfigurator-Seiten, wo du dann eben dein Auto dir so zusammenstellen kannst, in jeder Farbe, mit Schiebedach, ohne Schiebedach, mit Navi und so weiter. Und naja, das kann man halt nicht alles fotografieren. Also du kannst halt nicht diese 10.000 verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten fotografieren, sondern das sind dann einfach gerenderte Bildteile und dann wird das PNG eben einfach draufgesetzt, wenn ich das Schiebedach auswähle. Wollen wir uns mal ein paar Bilder angucken? Ja, wir können mal reingucken. Also das hier zum Beispiel, das ist ein Bild von Marek Denko. Der hat den Animago Award in der Kategorie Fotorealismus damit gewonnen. Und da gibt es eben auch ein Bild, also das sieht aus wie ein Foto, ist aber keins. Das sieht man eben, wenn man sich mal, also die Version ohne Schattierung, ohne Beleuchtung anguckt, das ist eben das. Also da kann man sehr schön sehen, ja, das ist ein Rendering. Da hat er sehr viel Energie investiert in die ganzen Aufbauten und so weiter. Das ist ja reine Kunst, also und sowas wird eben auch für die Werbung eingesetzt. Das ist schon echt krass, also diese Reflexionen da auf der Straße sind großartig. Ja, da ist sehr viel Liebe reingeflossen und sowas wird eben auch kommerziell in Auftrag gegeben. Wir haben noch ein Beispiel von der Innen... Ah, naja, das ist zum Beispiel ein Bild von Ikea. Also auch diese Inneneinrichtungen, die werden mittlerweile komplett am Computer generiert. Und das hat eben den Grund, dass Ikea global vertreten ist und für jedes Land unterschiedliche Wasserhähne, unterschiedliche Steckdosen und Lichtschalter, teilweise auch eine unterschiedliche Produktpalette hat und unterschiedliche Geschmäcker bedient und so eine Küche in Japan eben anders aussieht als in Deutschland oder in den USA. Und ja, die beschäftigen immer noch ein großes Fotostudio, aber eben auch eine Designabteilung, die eben diese Bilder rendert. Das ist ein Bild von der Firma Mackevision, die unter anderem auch Spezialeffekte für Film und Fernsehen macht, aber groß geworden ist mit der Automobilvisualisierung. Die machen also seit 20 Jahren für Mercedes, Audi und andere Firmen eben diese Ansichten. Das ist der Innenbereich. Da muss man zum Beispiel... Genau, das ist... So sieht es dann aus, bevor die Texturen drauf sind. Und die haben halt eben sehr viel in die Beleuchtung gesteckt. Das ist so ein Emo-Bild, also das soll halt Emotionen wecken, das soll schon zeigen, wie es aussieht. Wenn wir nochmal zurückgehen kurz, sieht man eben, das ist sehr stimmungsvoll beleuchtet. Und ja, das ist also schon eher ein Kunstprojekt als eine bloße Visualisierung. Und da kann man dann natürlich auch mit spielen. Wenn du ein Foto schießt, musst du halt ein neues Foto schießen. Ja, da kann man natürlich auch nachbearbeiten und in Photoshop viel machen. Also diese Nachbearbeitung, die passiert dann tatsächlich auch viel in Photoshop. Also wo dann eben mit Dodge & Burn, also abwedeln, nachbelichten und ein paar Lichtreflexe setzen und so. Da dann noch sehr viel rausgeholt wird. Ja. Ja, nur dabei könnten Sie natürlich auch jetzt noch Teile austauschen. Also ich denke mal zum Beispiel bei Ikea auch, wenn Sie sich jetzt denken, okay, das Produkt, dann nehmen wir lieber ein anderes. Wir haben zwei, drei designt und nehmen lieber das. Ja, komplett die Farben ändern. Also so eine Oberfläche von schwarz in weiß zu ändern, das geht in der Bildbearbeitung eher schwierig. Aber wenn du halt eine Textur drauflegst, dann ist das eben relativ einfach. Da gibt es dann noch dieses Programm KeyShot. Das war jetzt eben High End. Das machen dann die ganz großen Agenturen und so. Und KeyShot ist ein Programm, wo man dann die Cut, also das kann man ins Cut einbinden als Plug-in und da arbeiten dann auch viele kleinere Firmen mit. Also kleiner in Anführungszeichen. Also es sind dann schon Firmen wie Märklin zum Beispiel, mit denen habe ich gesprochen. Die haben dann teilweise, wenn der Katalog gedruckt werden muss, die Prototypen noch nicht fertig und haben dann größtenteils Bilder, also Fotos. Und einige Produkte müssen dann eben halt digital hinzugefügt werden. Und das macht dann da der Azubi. Also beziehungsweise keine ausgebildete Designfachkraft, sondern das sind Programme, mit denen man relativ einfach arbeiten kann. Weil so Fragen wie Beleuchtung, Texturierung und so, wo man früher viel mit Handarbeit machen muss, das kann man halt mittlerweile der Software überlassen. Also die Umgebungsbeleuchtung und so, da kann man sich in den meisten Fällen auf Standard-Einstellung verlassen oder eben Plug-ins nutzen, die automatisch generieren, was früher halt sehr viel Erfahrung, Fingerspitzengefühl und ein Auge fürs Detail erfordert hat. Das schütte ja irgendwie auch dazu, dass immer, also wenn man da so drüber nachdenkt, dass weniger Sachen eigentlich real sind. Also man kann sehr viel auch faken, wenn man will. Es gibt so diesen Begriff Invisible, VFX, also unsichtbare Spezialeffekte, die werden für Film und Fernsehen viel eingesetzt. Da habe ich mit Rise gesprochen. Das ist eine Firma, die sitzt in Berlin und die macht Spezialeffekte für viele Avengers-Filme. Das ist zum Beispiel aus Berlin Babylon, diese Serie von Tom Tikva, die in Berlin der 20er Jahre spielt. Und dieses Berlin gibt es nicht mehr. Man könnte vielleicht Ecken finden, die so aussehen, aber es ist viel einfacher, das digital zu generieren. Und ja, so sieht dann der fertige Shot aus. Also da sieht man eben nicht, dass es ein Spezialeffekt ist. Das könnte genauso gut ein Straßenzug sein, der noch so erhalten ist. Machst du noch mal einen vor? Genau, also das sind eben nicht nur Raumschiffe und Drachen und Monster, die mittlerweile am Computer entstehen, sondern eben auch alltägliche Szenen. Also ich habe, ja, bei den Avengers zum Beispiel, da haben die mir erzählt, diese Szenen in Lagos, Nigeria, das war Captain America Civil War, glaube ich, der Nigeria spielt. Und das haben die alles in Atlanta gedreht, weil das ein logistischer Aufwand ist, der einfach so teuer ist, diese ganzen Techniker, Schauspieler und so weiter da hinzubringen. Für ein paar Szenen ist es da einfacher, wenn die eh an dem Film sitzen und da, was weiß ich, wie viele Dutzende Special-Effects-Artists beschäftigen, dann ist es halt einfacher, mal eben auch so eine Stadtkulisse da aufzubauen, als die Leute da alle on set irgendwie da nach Nigeria zu bringen, zu beschäftigen und unterzubringen. Ich sehe schon, Video-Hannes muss mal, wir müssen mal mit Video-Hannes reden, wir müssen gucken, dass wir irgendwie, uns hier irgendwie eine virtuelle Kulisse bauen. Ich finde das total cool. Ich finde es ein bisschen schade. Ich hatte immer so den Stolz, dass ich CGI erkennen kann. Also ich war eine lange Zeit, also vor allem bei Kinofilmen eigentlich, wenn man richtig, man sieht es da richtig nah davor. Oh, ich glaube dir, das ist jetzt vorbei. Da muss ich mich von verabschieden. Ja, und wir sind ja kritisch bei CT. Deswegen habe ich lange darüber nachgedacht, ob es da irgendwo eine Komponente gibt, dass es vielleicht auch problematisch ist. Und ich habe bisher, also ich habe da nirgendwo einen Täuschungsversuch entdeckt, muss ich sagen. Also das ist dieses alte Photoshop-Ding. Bloß weil man das jetzt kann, sollte man das tun. Und wo wird da manipuliert und wo wird da gelogen und so. Aber ja gut, das macht natürlich auch irgendwie keinen Sinn. Also ich meine, du willst natürlich dein Produkt, wenn es jetzt ein Auto ist oder so, so gut wie möglich darstellen. Aber spätestens irgendwann geht einer ins Auto raus. Ja, also früher hatte man, also als Kind hatte ich immer diese Gesellschaftsspiele, wo dann auf der Rückseite ein Foto war von Kindern, die dieses Spiel spielen. Das komplett anders aussah als das, was in der Box ist. Weil es irgendwie wahrscheinlich der Prototyp war, der noch selbst mit dem Mund gemalt und die Figuren aus Lehm modelliert und so. Das Plastik sah halt komplett anders aus. Ja, genau. Das Essen sieht meistens auch nicht so aus. Ja, das ist richtig. Wie weit sind wir denn eigentlich, wenn es um Rechenkapazität geht, irgendwie jetzt in deinem Autobeispiel zum Beispiel, also du hast da so ein Cockpit irgendwie mit dem Licht, können die das schon in Echtzeit wirklich machen? Also können die wirklich Lichteffekte in Echtzeit ändern oder heißt das, ich ändere was und dann muss ich erstmal eine halbe Stunde Kaffee trinken, bis das wieder gerendert ist? Nee, also naja, bei so einem einzelnen Bild ist es erstmal nicht so problematisch wie bei einem kompletten Film. Ist ja klar. Und ja, da habe ich echt nicht so genau die Einblicke. Die arbeiten alles mit 3DS Max und mit dem Renderer V-Ray und da hast du dann eine Prävisualisierung. Da gehst du dann in den Viewport und dann drückst du auf Rendern und dann rendert der erstmal und dann sagt man, okay, gut genug. Also bis man dann die feinen Details tatsächlich rausrendert, arbeitest du da einfach mit halbwegs plausiblen Vorschaubildern. Ich meine, am Ende ist es ja immer nur eine Frage der Zeit. Wird halt alles immer schneller und irgendwann geht das dann halt einfach. Ja, also in Echtzeit funktioniert das sicherlich nicht. Anspruchsvoller, ne? Also es wird immer, die Rechner werden zwar schneller, aber die Effekte werden auch immer anspruchsvoller. Ja, aber irgendwann ist ja Ende, weil das Auge am Ende ist, das Ohr am Ende ist. Also ich finde, wir sind in vielen Bereichen halt auch in so einer Sättigung langsam. Also viel geiler kann so ein Bild nicht mehr sein oder vielleicht ging es noch, aber der Mensch würde es dann nicht mehr wahrnehmen. Das denkt man sich so, ne? Also wir dachten schon bei Doom damals, das wäre wahnsinnig realistisch. Das dachte ich damals nicht. Aber es wurden damals teilweise immer Polygone gezählt. Bei dem Thema zum Beispiel Kollege Fischer hat gerade auf Pfizer Online über Raytracing halt in Spielen geschrieben. Das ist nochmal echt eine Stufe. Far Cry 5, ne? Ja, zum Beispiel eine Star Wars Demo, also das sieht schon richtig krass aus. Also ein bisschen was geht da noch. Aber das eine ist natürlich Echtzeitberechnung im Spiel und da sind wir dann dabei. Das andere ist das Rendern eines Bildes für einen Hochglanz, ein Billboard für eine Plakatwand von riesigen Ausmaßen. Und da dauert es dann natürlich eine Weile, so ein Bild zu rendern. Wobei ich hier jetzt nicht gefragt habe, wie lange das dauert, aber da kann man schon von ausgehen, dass das alles nicht in Echtzeit passiert. Das ist ja auch eine Frage der Auflösung im Endeffekt. Ich meine, wenn ich in Photoshop einen Filter starte, dann rechnet der halt auch bis zu, naja, ein paar Sekunden, bis dann tatsächlich das Bild da ist. Ja, cool. Nach dem ganzen, das ist ein bisschen Spaß-Thema alles, wollen wir mal richtig in die harte Technik jetzt. Wenn ich da sowas rendere, dann brauche ich ja auch irgendwas, wo ich das drauf ablegen kann. Ihr habt im Heften mal wieder, ich sage mal wieder, weil ich kann mich erinnern, wir haben da schon mal im Uplink drüber geredet, ich glaube nicht mit dir, aber ihr habt über Nass-Speicher geschrieben und es gab immer, also wir haben das schon mal öfter hier diese Diskussion geführt, ob man jetzt, also ich habe noch so einen kleinen Homeserver, ob du das willst oder ob du dir Nass da hinstellst, was ja mittlerweile schon sehr viele Möglichkeiten hat, also kannst du alles mögliche drauf installieren, sogar Docker, ich glaube hier ein Artikel mit High-End-Nass und so, aber du hast dich hauptsächlich um die Platten gekümmert, die man da reinpackt. Ja. Und ich fand das einfach mal interessant, ich denke, wir sollten da mal drüber reden, deswegen bin ich hier. also, als ich deinen Artikel gelesen habe, ich habe mir immer gedacht, Festplatte ist gleich Festplatte, ist aber nicht so, es gibt sehr viele Sachen, die man dabei beachten muss. Also klar, im Prinzip die Dinger drehen, irgendwelche Scheiben und da ist ein Kopf, der liest und schreibt Daten. Aber klar, es gibt sie in verschiedenen Größen und letzte Entwicklung, vor allen Dingen zur Kapazitätssteigerung, natürlich ist das Helium, das hat sich jetzt seit, sagen wir ruhig mal drei Jahren oder so bewährt. Helium senkt den Luftwiderstand sozusagen, dadurch gibt es weniger Verwirbelung im Gehäuse. Das heißt, man kann die einzelnen Scheiben dünner machen. Dann schwebbeln sie genauso wenig wie vorher und dadurch kann man halt noch ein paar mehr reinstecken. Das ist eigentlich der aktuelle Trick an dieser Kapazitätsentwicklung, Erhöhung. Wo ist denn da die Obergrenze im Moment? Mit Luft bei sechs Scheiben und mit Helium ging das dann auch immer ein bisschen weiter. Inzwischen angekündigt ist eine mit neun Scheiben und wenn man die Scheiben noch ein bisschen dünner macht, also es gibt von einem Scheibenhersteller von Heuer ein Modell mit zwölf Scheiben. Und da sind wir dann bei wie viel Terabyte? Naja, so 1,75 Terabyte pro Scheibe etwa. Okay. Und das Ganze halt im klassischen Festplattengehaus. Ich habe jetzt keine mitgebracht, weil ich mir denke, jeder kennt eigentlich viel. Ja, wie festplatten aussehen. Das ist ja auch das Ding. Die sehen von außen eigentlich alle gleich aus. Alle, ja, genau. Ja gut, bei den ganz kleinen, so ein, zwei Terabyte, wenn du die auf die Rückseite drehst, dann siehst du manchmal noch, dass da noch so ein bisschen Luft drin ist. Also, dass die Gehäuse so einen Boden haben. Bei den ganz Großen wird natürlich jeder Quadratmillimeter oder Kubikmillimeter ausgenutzt. Da sind dann auch teilweise schon die Schraubenlöcher an den Seiten nicht mehr vorhanden. Okay. Wie kriege ich die dann reinkommen? Nein, das sind nur die in der Mitte nicht vorhanden. Ach so. Ah, okay. Da, wo die Scheiben halt sich drehen. Und die versuchen wirklich nochmal nur ein Viertel Millimeter nach draußen, weil dann kriegen sie noch wieder irgendwie ein paar Megabyte, 500 Megabyte dazu. Das ist ja auch faszinierend, dass die Dinger irgendwie auch seit wie lange? 30 Jahren oder so mittlerweile? 50, 60. Unverändert aussehen? Also, gibt es hier so lange schon diese 3,5 Zeugen Platten? Nein, nein, die 3,5er nicht. Aber Festplatten als solche hat sich an der Technik im ersten Ansatz... Ich meine, du könntest mir auch so eine 20 MB Platte zeigen und sagen, das ist eine brandneue. Wenn die nicht so viel Kratzer hat, würde ich das jetzt auch kaufen. Also meine 20 MB Platte... Nee, stopp. Ich hatte mal eine, aber das war eine doppelte Bauhöhe. Die habe ich noch im Keller liegen. Die Breite... 5,5,5 Zoll, so breit wie ein CD-Raumlaufwerk. Meine Kleine zu Hause ist 10 MB, ja. Aber du hast schon recht in den letzten 20 Jahren... Oh, ich hatte ja noch so viel getan, ne? Aber noch mit so einem Controller-Brocken dran. Ja gut, aber jetzt sind wir gerade bei 12 TB. Ja. Das ist dann irgendwie gegenüber so einer 10 MB Platte irgendwie der Faktor einer Million. Lohnt sich? Also es gibt da doch bestimmt so einen Sweet-Spot. Also ich muss mir überlegen, wenn ich mir einen Nass kaufe, wie viele Platten passen da rein? Und dann kaufe ich mir lieber weniger große Platten oder mehr kleine? Jetzt sagst du bestimmt. Das kommt drauf an. Das kommt drauf an, genau. Also wir haben in dem Schwerpunkt hier Gehäuse getestet mit zwei Schächten. Zu der Diskussion kommen wir gleich noch. Warum? Gleich. Und du kannst dir natürlich überlegen, wenn du erstmal überlegst, wie viel Platz brauchst du denn überhaupt, bevor du dein Gehäuse kaufst? Du kannst natürlich auch Nass mit einem Steckplatz kaufen, du kannst ja auch Nass mit 16 Steckplätzen kaufen. Und ich denke, die Entscheidung, wie viel Platz brauchst du eigentlich, die machst du ja irgendwie vorher. Klar, du lässt ja noch ein bisschen Reserve, wenn du was Größeres kaufst. Aber im ersten Ansatz denke ich mir, was weiß ich, ich kaufst dir eine 8-Jahr-Arbeit-Platte und damit bist du wahrscheinlich jetzt mehr glücklich für die nächsten zwei Jahre. So, und ich würde auch niemals schon auf Vorrat kaufen. Also jetzt, wenn ich sage, ich brauche eine 8-Jahr, dann würde ich keine 12er kaufen. Wozu? Einerseits kosten die jetzt viel mehr und zweitens natürlich nutzen sich Platten ab, haben drei oder fünf Jahre Garantie, je nach Serie. Also unser normaler Rat ist, kaufst zwei gleiche Platten oder vielleicht auch zwei Platten von anderen Herstellern, aber wir haben von der gleichen Größe und machen Rate 1 in diesen zwei Plattengehäuse. Das heißt dann, dass die redundant sind. Genau, dass die Daten einfach redundant sind. Das ist natürlich im Prinzip der doppelte Preis, den man dafür ausgeben muss. Deswegen gibt es ja auch andere Rate-Level, zum Beispiel Rate 5. Da nimmt man, um beim Beispiel zu bleiben, statt zwei eben vier Platten und hat aber die Kapazität von drei Platten netto hinterher. Rate 5 ist jetzt auch schon so langsam ein bisschen durch, weil da nur eine Platte redundant ist halt. Manchmal nimmt man heutzutage auch Rate 6, da hast du zwei redundante Platten, das heißt also zwei könnten ausfallen und die Daten sind immer noch alle da. Bei den großen Datenmengen, wenn du heute wirklich den Ausfall hast von einem Laufwerk, dann muss ja das sogenannte Rate Rebuild stattfinden. Das dauert eine Weile. Und das dauert. Da habe ich leidliche Erfahrungen mit. Das ist genau der Zeitpunkt, wo die Platten halt sehr stark beansprucht werden. Und kaputt gehen. Und kaputt gehen, genau. Und deswegen ist eine Rate 6 mindestens, also eigentlich sinnvoll. Dazu brauchst du aber natürlich mindestens vier Laufwerksschächte. Okay. Ja, also, ja. Also ich habe mir immer überlegt, Rate 1, da hast du die Redundanz. Du musst die Daten ja sowieso noch irgendwo anders speichern, weil wenn das Rate-Gehäuse irgendwie abbrennt oder so, Weil die Steckdose schmilzt. Genau. Das ist die andere Diskussion, auf die ich gerade noch kommen wollte. Wir hatten im Vorfeld uns die Frage gestellt, machen die Leute eigentlich wirklich ein Rate 1 oder macht man ein Rate 5? Einer der Kollegen ist sehr für ein Rate 5 oder ein Rate 6 dann. Und wollten eigentlich ein paar Kommentarkästen noch reinbringen, da hatten wir einfach keinen Platz mehr für. Also mein Anwendungsfall zu Hause ist zum Beispiel ein ganz anderer. Ich habe meine Daten eigentlich auf meinem Desktop-Rechner zu Hause und das Rate oder das NAS gilt für mich als mein Backup. Wo aber halt der Rest der Familie auch noch auf die Fotos zugreifen kann. Und deswegen habe ich da kein Rate 1 gebaut, sondern das ist ein einfaches Einlaufwerks-NAS. Weil du die Daten noch auf deinem Backup hast? Weil das genau mein Backup schon ist. Ich habe natürlich noch eine andere Festplatte, wo dann die noch wichtigeren Daten drauf sind, die liegt dann irgendwo im Schrank. Aber da gibt es halt die unterschiedlichen Anforderungen. Also entweder hast du das Ding als reines Backup, dann reicht ein Einlaufwerk NAS. oder du brauchst halt zwei Laufwerke, damit du ein Rate 1 machst oder du brauchst sowieso viel mehr Daten und dann bist du nicht bereit, so viel Geld auszugeben, dann nimmst du halt Rate 5, Rate 6. Also im Endeffekt kaufe ich mir die Festplatte nach dem Platz, den du brauchst. Zum Sweetpot, Spot, es gibt eigentlich im Augenblick zwei komischerweise. Einmal bei 4 Terabyte. Also 4 Terabyte-Platten sind bezogen auf den Preis pro Terabyte am günstigsten und bei 8 Terabyte. Was kostet denn so eine 4 Terabyte-Platte? Die kostet 100 irgendwas Euro. Was ist der Unterschied zu dem 8 Terabyte-Sweetpot? Die müssen ja dann teurer sein. Ja klar. Aber die sind genau gleich teuer pro Terabyte. Achso. Ja, okay. Ein pro Terabyte. Ja gut, macht Sinn, ja. Und das Schöne ist, dass eigentlich Helium, also das, was ja, wie gesagt, jetzt noch relativ neu ist, wo zu Anfang relativ hohe Aufpreise da waren, dass es praktisch keine Rolle mehr spielt. Natürlich sind sie noch etwas teurer, aber eben nicht mehr wesentlich teurer. Also WD nimmt ab 8 Terabyte Helium immer noch und bei Seagate geht es mit 10 Terabyte los. Toshiba ist dritter Festplattenhersteller, der jetzt auch der kleinste von allen ist. Die haben noch kein Helium-Laufwerk im Programm, haben aber jetzt vor kurzem noch eins vorgestellt und dann gleich mit 14 Terabyte. Das ist dann die mit den neuen Scheiben. Was passiert bei den Dingern überhaupt, wenn die Schutzatmosphäre raus ist? Ach, die wirkliche Frage. Entschuldigung. Dein Red ist so komisch. Also das Problem bei diesen Dingern ist wirklich dieses Helium drinnen zu lassen, ganz klar. Achso, ja, würde ich mal. Da muss man davon ausgehen. Das diffundiert raus, ja. Oh, das war jetzt noch gar nicht die Frage, aber das ist schlecht. Aber es diffundiert anscheinend in dem geringen Maße raus, dass es keine Rolle spielt. Okay, wenn es raus wäre, würden dann irgendwie die Köpfe fest... Wahrscheinlich haben die, die haben auch alle Notprogramme. Das heißt, die drehen dann einfach ein bisschen langsamer, kannst die Daten noch auslesen. Notprogramme. Okay. Was mache ich denn überhaupt, wenn jetzt mein das voll ist? Also ich habe mir eine Kapazität überlegt, ich habe meine, weiß ich nicht, sagen wir jetzt mal, ich habe zwei Vierer, Vier Terabyte Platten in einem Raid 1, wenn die jetzt voll sind. Kaufe ich dann größere und spiele das da drauf oder kann ich die auch als zweites Backup sag ich mal in den Schrank legen? Kannst beides machen. Also meine Frage ist, wie lange, also ist das sinnvoll? Ich meine, wie lange hält so eine Platte, wenn die einfach im Schrank liegt? Haben wir da irgendwie... Wenn du ein Langzeit, auf Langzeitarchivierung jetzt gehst, dann sind Festplatten immer noch besser als alles, was irgendwie mit Flashspeicher gebaut ist. Also ich würde niemals einen SSD für eine Langzeitarchivierung benutzen oder schon gar nicht einen USB-Stick, sondern immer eine Festplatte. Also die Festplatte kannst du ruhig in den Schrank legen und nach zwei, drei Jahren ist die auf jeden Fall noch lesbar. Wahrscheinlich auch nach zehn Jahren. Kommt auch die Lagerbedingungen natürlich an. Aber wenn du jetzt, mal ein Beispiel zu deinem Zwei-Vierer drin hast und du willst was weiß ich auf sechs aufrüsten, dann bei einem Raid 1, ja, dann nimmst du einfach eine Platte raus, steckst die neue Sechser rein und wartest drauf, bis das Raid Rebuild fertig ist. Dann nimmst du die andere Vierer raus, steckst die zweite Sechser rein und der Drops ist gelutscht. In der Theorie. Ich wollte gerade sagen, ja, Raid ist immer so eine Sache. Dann betest du zwei, drei Tage lang. Du hast ja ein Backup. Ja, klar. Jeder hat einen Backup. Moment, du hast die Platte ja gerade rausgenommen mit deinen Daten. Bin ich total relaxed. Ja, stimmt. Also ich habe bei Raid ehrlich gesagt immer, also ich habe wie gesagt, ich habe so einen Home-Server zu Hause, da sind vier Schächte drin, aber ich mache das einfach mit Async unter Linux. Ich kopiere einfach von der einen Platte auf die andere, weil ich, also es ist wahrscheinlich heutzutage nicht mehr so das Problem, ich habe wirklich schlechte Erfahrungen, so vor fünf, sechs Jahren habe ich im Support gearbeitet und wir hatten lauter, wir haben das immer Schrödingers Raid genannt, weil das war immer Raid und dann ist eine Platte kaputt gegangen und dann hat, dann stellte sich raus, Mist, das baut es jetzt nicht wieder zusammen und das Hauptproblem, weil meist hatten wir noch Backups, aber die musstest du halt dann auch wieder drauf spielen und so und es ging dann halt immer, das war im Produktionseinsatz irgendwo in einer kleinen Firma oder so und dann ging es dann immer darum, das muss schnell wieder da sein und dafür ist Raid halt manchmal echt nicht so gut. Nee. Aber ich glaube, vielleicht sind die Controller auch besser geworden. Ich weiß nicht, ob das heutzutage Software meinst du? Ja, klar. Sämtliche NAS-Kisten laufen unter Linux und da sind auch keine Hardware-Ray-Controller mehr drin. Das ist alles Software. Ja, das war früher immer Hardware-Ray-Controller. Die sind praktisch durch. Ich muss dringend wieder ein Backup machen. Fällt dir dabei gerade ein? Ich muss jetzt mal weg. Das ist immer so, wenn man immer Backups geht. Ja, cool. Finde ich sehr cool. Ich hätte noch eine ganz dumme Frage, die ich dir noch stellen will. Ich weiß, was du darauf antworten wirst, aber warum bauen wir eigentlich keine SSDs da rein? Sind die einfach zu teuer? Einfach zu teuer? Ja, auch. Ich meine, es wäre ja schneller. Ja, das NAS bekommt die Daten schneller. Und dann kommt die Frage, was hast du für ein Netz zu Hause? Ich habe Gigabit. Gigabit. Okay, das sind 100 Megabit pro Sekunde oder 110. Die meisten Festplatten schaffen 200, 250 Megabit pro Sekunde in den äußeren Regionen. Wir wissen ja, das ist ja irgendwie ein Kreis. Und in den inneren Regionen schaffen sie halt um die 100. Einige schaffen auch ein bisschen mehr. Und mit einer SSD kommst du auch nicht schneller weg. also lohnt sich eigentlich nicht. Es lohnt sich nicht. Der einzige Vorteil wäre, ich könnte das Ding umrennen und es wäre wahrscheinlich nicht kaputt, während die Platten laufen. Aber für diese internen Prozesse müsste es dann doch noch was bringen. Also für deine ganzen Unkopieraktionen innerhalb des Gerätes. Ja, klar. Also das war der Grund, weshalb ich meinen NAS in Rente geschickt habe. Das war auch schon ein paar Tage her. Dass eben diese ganzen, dieses Umswitchen von diesen unglaublichen Datenmengen in diesem Gerät hat zum einen einfach so unglaublich lange gedauert und hat auch zu einer unglaublichen Nervosität immer geführt, weil das alles so schnarchend langsam ging und alles irgendwie leuchtet und ich echt immer Schiss hatte, dass dann als nächstes die ganzen Festplatten verglühen und gar nichts mehr über ist. Eigentlich sind die Dinger doch recht robust, finde ich. Ich muss mal wieder eins kaufen. muss man doch erst mal zusammenkriegen, oder? Ja, das war früher einfach, weil da hat man ja so viele Filme gehabt. Ja, aber die brauchst du ja im Prinzip nicht, da muss man ja nicht so, wenn die weg sind, dann sind die halt weg. Also wichtig ist ja der Original Content, also so eine 8 Terabyte Platte mit Word-Dokumenten vorzuschreiben. Nee, das kannst du alles vergessen. Also ich habe halt das Problem, dass ich Audiobearbeitung mache und ich mache dann die Waves, schreibe ich auch. Aber selbst mit Fotos komme ich irgendwie nicht so weit, dass ich da so viel Terabytes produziere. Nee, aber es ist halt schon, also es ist schon praktisch, wenn du viel mit Fotos machst, zum Beispiel den Katalog da von Lightroom oder so auf den NAS zu legen, das ist schon schön. Aber du hast schon recht. Ah, und den von da zu laden? Nee, den will ich lokal haben. Also ja, das dauert ein bisschen, aber bei mir funktioniert das ganz gut. Nee, ich sage mal so, also mein Rechner ist jetzt auch nicht so. Das ist ja immer nur, wenn der den am Anfang lädt. Das ist ja nicht... Naja, der muss schon da ständig drauf zugreifen. Also gerade so Arbeitsdaten, die möchte ich nicht im Netz haben. Auf keinen Fall. Die will ich auf einer SSD haben. Okay. Ich habe halt keine... Das Problem ist, bei mir liegen die nicht auf einer SSD. Wahrscheinlich, wenn ich eine SSD, also eine groß genug SSD im Rechner habe. Schöne Grüße an Kollegen Hirsch immer, wenn wir zusammen PUBG spielen. Mein Spiel lädt immer am spätesten rein und sagt, der kauft endlich meine Terabyte SSD. Ja, vielleicht soll ich das mal machen. Genau. Ja, cool. Dann weiß ich jetzt, was ich falsch gemacht habe. Und im Heft stehen noch ganz viele andere Sachen. Das ist ja eine Artikelstrecke. Sehr interessante Dinger. Wenn ihr wirklich irgendwie Container auf NAS laufen lassen wollt. Ich verstehe nicht so ganz, wieso, aber das steht da auch drin. Ja, du kannst dann einfach mit diesem kleinen X86... Also wir haben ja zwei verschiedene Sorten von NAS-Geräten getestet. Quasi billige und zwei ARN. Einmal diese ARM NAS und dann die X86 NAS. Und die ARM NAS sind einfach... Sind halt einfach im Prinzip reine Dateilager. Kannst ein paar Programmchen von den Herstellern drauf installieren. Und wenn du den X86 hast, hast du das nicht im Prinzip PCs. Das ist er gesetzt. Also quasi den Heimserver, den ich zu Hause habe. Das ist er setzt den Heimserver. Du kannst da, wenn du willst, einen Mail-Server drauflaufen lassen oder sonst irgendwas. Oder deinen Web-Server für deine internen Zwecke oder was auch immer. Kannst du mitmachen, was du Lust hast, weil es einfach ein PC ist. Cool. Lohnt sich das, da eine SSD einzubauen? Kommt drauf an, was du damit machst. Ich will einfach mal eine SSD. Ich hätte gerne eine lokale Kopie des Internets für Anfälle. Ja, da brauchst du... Das wird dann doch noch... Das wird teuer, ja. Nimbus Data hatte gerade eine neue SSD vorgestellt jetzt mit 100 Terabyte. Oh. Wie groß ist die? Das heißt, da sind dann 10 Platten drin oder... Moment, 100 Terabyte? 100 Terabyte. Im ganz normalen 3,5 Zoll, also große Festplatte-Format. Hatten wir nicht gerade gesagt, die Grenze ist bei 12? Ja, ja, Festplatte. Oder habe ich was nicht mitgekriegt? Ach so, das ist ein ganzes Nass, das heißt, da sind dann... Nein, das ist eine SSD. SSD. Ah, okay. Nicht Festplatte. In einem 3,5 Zoll-Gehäuse mit 100 Terabyte Kapazität. Hört sich großartig an. Und wie teuer ist die? Das haben sie noch nicht Ferrari. Okay. So teuer wie ein Ferrari. Aber... Ich glaube, da kriegst du schon Mercedes für. Okay. Ja, gut. Na dann. Gut, cool. Schön? War schön? Sich mit euch zu unterhalten. Wenn ihr uns schreiben wollt, wenn ihr uns sagen wollt, was ihr auf euren Nass legt oder worum das alles Quatsch ist oder welches Rate das beste Rate ist, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann schreibt uns doch. Schreibt es. Ihr könnt es in Heise-Forum schreiben. Ihr könnt es in YouTube-Kommentare schreiben. Ihr könnt uns E-Mails schicken. Oder eine Postkarte. Eine Postkarte könnt ihr das auch schicken. Ja, das ist nicht schön. Also E-Mail ist uplink.ct.de Postkarte, wenn ihr auf heise.de geht, immer im Impressum ist eine Adresse, ne? T-T-Lex sehen. Ich weiß nur, was ist die Passage? 3625. 3625, gut, okay. Oder per BTX. In Hannover. Na, das weiß ich nicht, ob das geht. Nicht. Und ansonsten sehen wir uns einfach nächste Woche wieder mit weiteren interessanten Dingen. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. S femme. Tschüss. Vielen Dank.